Ja jetzt geh weiter Ja kommt da noch jemand? Da war jemand Ja seh ich auch so Ich bin nicht mehr auf dem Weg Ich bin nicht mehr auf dem Weg Ich bin nicht mehr auf dem Weg Ähm einfach mal reinmalern Okay hier lang Noch ist Zeit Wenn du meinst das noch Zeit ist Also die Grafix ist wirklich sehr gut von dem Spiel Sehr schön Ja und drauf warten wir Dann hau es Auf die Leiter Komm da hoch Äh Jetzt geh hoch Du Du Idiot Ein Wald Ich warst Nein geht nicht so schnell Komm schon Ich verliere euch So viel Grün hier Oh Pflanzen Oh Ein Stein Da runter Über das Feld Krass Los Ja ok Jetzt wollen wir mal wieder ernst spielen Gut aufpassen Was ist hier? Oh Runter Ja Ich bin unten Japsenpanzer 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 Ja klar Keine Bewegung Oh Panzer Hallo Ihr seht mich nicht ihr Loser Ihr seid schlecht Geht Äh Ja Oh Fluchte Jetzt geht er ab hier Macht sie kalt Ja ich seh nur leider niemanden Hier ist Ach ihr lasst mir doch wieder gar keine Chance zu schießen Wir hatten Glück Jemand scheint auf uns aufzupassen Wir werden beobachtet Lasst uns den Kerl finden Warum rennen wir jetzt so? Eine Brücke Hörst dich zusammen Ok? Dum dum Ach man Hier kommt sowieso kein Schwein Sag ich doch Ah Wozu mecker ist er? Er sollte doch längst hier sein Halt Nicht bewegen Stell ihm die Frage Wer Ist mein Lieblings Baseballspieler? Cap Anson Gut Schaffen wir ihn hier weg Baseballspieler Geil Moment mal Was zum Henker ist das für ein Geräusch? Was warst du da? Ich weiß nicht sag Wenn du uns verpfiffen hast Die schwarze Waffe Es ist soweit Wir sind tot Ok Wir machen die Biege Das ist zwecklos Vielleicht hast du mich nicht verstanden Wir verschwinden jetzt Sart Die haben uns den Weg abgeschnitten Ok Äh ist die Brücke weg? Dann durch den Ubulbunker Da sitzen wir in der Falle Ja Ja und? Ich weiß Nein die Brücke ist noch nicht weg Ah aber jetzt Woher will der denn wissen dass die uns den Weg abgeschnitten haben? Los los weiter Naja Von mir aus wenn der es meint Los 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 Jaja Jetzt dräng mich schon mal nicht so im Zeit Scheiße Mir gefällt nicht was ich da höre Geh einfach weiter Äh Weitergehen Ach So Darauf konnte ich nicht weiter gehen Sarge Das ist unser Taxi Ok Unser Taxi Taxi warte Los 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 Ja Ich würde dann jetzt auch wieder gerne gehen Da Ich seh nicht Ok Wir schlagen jetzt zu Und Beheilung Warum muss das denn was wackeln? Ich wollte den Kanister dahinten kaputt machen Äh als ob du mich betroffen warst So So Wollen wir mal ein bisschen vorrücken Äh F-Granate werden überwachen Jetzt geht die Schildern weg Da Das ist wohl kaputt jetzt Ja Da ist jetzt keiner mehr, oder? Ja Da ist jetzt keiner mehr, oder? Rüber zum Fahrzeug Jetzt ist er tot Einsteigen Boah, ich darf schießen, jawoll Ja Drück auf die Tube Verstanden? Ja Ok, Wire, check, falle Stürb 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 Wann ist bei